Wartet! Ich hol noch schnell Clara! Clara? Vergiss diese bibelbesessene Schlampe! Außerdem macht es keinen Spaß, etwas in der Gruppe zu unternehmen, wenn man nicht irgendjemanden ausschließen kann! Ja, das kannst du aber laut sagen! Ach, halt die Klappe, Ausschliessi! Zurück mit dir in deine Kiste! Verschwinde, Ausschliessi! Wir wollen dich hier drin nicht! Du gotterbärmlicher Vollpfosten! Jetzt werden wir alle zusammen drauf gehen! Ich auch? Nein, alle außer dir, Ausschliessi! Hier, nimm ne Decke und ne Thermoskanne voll mit köstlichem Kakao!